hallo und willkommen dies ist die nächste folge von star trek online sind immer noch auf dem wüsten planeten gefangen leider nicht nur so gut ja auch nicht schlimmer oder besser wir müssen uns einen unterschlupf suchen heute haben wir schon müssen nur noch den unterschlupf finden der da hinten irgendwo ist so und da ist es schon feuer haben wir schon gemacht die temperatur sind jetzt schnell die hülle sollte uns vor den elementen schutz bieten ich habe eigentlich ein wenig umgeschaut offenbar gelangt man durch diese hülle auf die andere seite des berges wir könnten zeit und energie sparen wenn wir bei sonnenaufgang durch die passage benutzen und nicht versuchen da draußen herum zu gehen wahrscheinlich ausgezeichnet diese passage hat seine stunden lang fußmarsch erspart könnte ein guter tag sein in salmach suchen wir uns ja ein schiff ist nicht weit von ihr entfernt ich glaube man kann auch aus dem wac am horizont ausmachen aber ich sehe nichts ja schön dass sie so schnell sprechen wird war mein trippel streichen das muss auch mal erlaubt sein das ist mein hobby da ist das wrack na gut den rauch sehe ich jetzt im baum raucht das wrack da muss ja schon ewigkeiten hier rumliegen so noch mal sehen finden sie lamex schiff so heißt das das ist lamex schiff da steht da irgendwo geschrieben das ist also sein schiffchen nach da rein sollten überprüfen ob sie den hankrisch überlegt hat aber das vermutlich nicht der fall sein wird sollten wir einige komponenten zusammen stecken um ein provisores signal zu erstellen ok dieses schiff wird nie wieder fliegen no shit sherlock beim sturz durch die atmosphäre des planeten ist es schwer beschädigt worden wenn das notrufsystem beim abschluss nicht vollständig zerstört wurde ist es 30 meter unter gestein und sand begraben sowie der singularität antrieb und die frachträume sie finden aber einen notwendigen notgenerator mit einer geringen menge bei rostenergie sie sind der meinung dass sie wenn sie die richtigen komponenten zur hand hätten ein provisorischen provisorisches notsignalsystem bauen könnten um ihr schiff zu kontaktieren sie könnten nur einige wenige signal aussenden um ihr crew über ihren auftrag zu informieren doch das sollte genügen na gut dann machen wir mal ob wir wieder hoch zusammen die dämlichen teile ein aber okay wir sind ja vulkan hier wir haben es voll drauf weiß auch jeder das vulkan hier schlaue sind als menschen das haben auch keiner so an sich die haben die hüpfkrankheit müssen immer rumhüpfen das nächste und da fehlt noch eins so jetzt müssen wir noch zusammensetzen und anschließen und dann können wir endlich von diesem planeten verschwinden gott sei dank gott sei dank heute kommt er rettet mich rettet mich das sieht nicht sehr federationsmäßig aus auch nicht ihr archiv na war so klar war doch so klar das ist Das System wurde zerstört. Dozenen von Subjekten wurden testiert in meiner Arena. Wenn die Iconianischen zurückkommen, werden sie finden, dass ich alles, was sie gefragt haben. Und mehr. Aber du wirst nicht da sein, auf dem Dreckigen Tag. Dieses gewaltige Spiel endet jetzt. Du könntest du so faszinierter Subjekt haben, aber diese Zeit, nein. Diese Zeit, denke ich, ein mehr direkteres Begriff ist besser. Ready. Aim. Haha. Wir sind entkommen. Yay. Dieser scheiß Hackiefe. Der ist so nervig. Ach komm schon. Lad doch mal schneller. Was ist denn das? Und dann kann ich dabei in Ruhe trinken. Wie du patchst jetzt wiederum. Nein, tut er. Hä, was? Geht er zweimal. Okay. Seltsam. Gut, das haben wir geschafft. Ich entschuldige. Ich entschuldige für Selamik. Ich wusste nicht, dass es ein trager in unserer Mitte war. Wenn seine Aktionen für dich oder deine Krufe hat, entschuldige mich. Das war nicht meine Intention. Aber dein Reise nach dem Nopada-System war nicht in Bane. Jetzt siehst du. Jetzt siehst du. Hakeev ist ein Paar eines größeren Kraftes. Die Dämonen der Heer und der Schmerzen sind hier. Du solltest zu deinen Vorstellern informieren. Sag ihnen, was du hier gesehen hast. Öffne ihre Augen auf die Gefahr, die in den Schmerzen liegen. Ja. Machen wir. Ähm. Was nehmen wir denn da? Ja. Alles doof. So. Werden wir noch gerufen? Oder? Muss mal kurz. Hier ein bisschen zu lang geworfen. Starfleet-Intelligence hat die Analyse der Daten, die du in dem Nopada-System eröffnet hast. Es gibt eine 67,47%-Jahr, dass die Iconians die Tal-Systeme benutzen. Das ist ein Weg, um die Romulan Star-Empire zu influenzieren. Und dass ihre Persektion der Remans ist direkt zu diesem. Der Kommand ist nun präum zu den Aufmerksamkeit. Aber bevor wir in eine direkte Konflikt mit den Romulans kommen, wollen wir versuchen eine mehr ... ...discrette approach. Die Daten zeigen, dass Hakeev ist aus dem Brea-System. Long-range sensor scans zeigen, dass es eine große Tal-Schar installiert ist. Wir wollen, dass Sie dieses System infiltrieren wollen. Hakeev verletzt und verletzt den Tal-Schar-Empire. Hakeev muss nicht weg. Er ist vielleicht die einzige Person, die weiß, wie großartig die Iconian-Influenz in Romulan-Empire ist. Hm. Okay. Akzeptiert. Ich soll also Hakeev schnappen. Ähm. Gleich hier nebenan. Das ist nicht weit weg. Ich muss jetzt mal gucken. Man sieht die Waffe aber auch nicht ausgerüstet, die Heavy-Weapon. Ähm. Die würde ich aber gerne noch testen. Ähm. Deswegen machen wir einfach ... Ach, ist schon darauf eingestellt. Ähm. Föderations-Alarm. Einfach nur hier nicht. Hier muss man ganz reinmachen. Und da auf Join drücken. Okay. Was? Das hat mich jetzt überrascht. Geht gleich los? Okay. Das ist neu. Früher würde ich nicht schon mal so einen Countdown ab. Aber okay. Wenn's gleich losgeht, geht's gleich los. Und wieso sehe ich hier nur schwarzen ... Bin ich hier irgendwo falsch gelandet? Nö. Ähm. Nein. Ja. Hier wird's schon gesagt. Äh. Äh. Ja. Sie haben's mal wieder geschafft ... Es zu verbacken. Äh. Wartet das nächste Update wahrscheinlich schon. Die können wir noch nicht wirklich sehen ... ... wie unsere Waffe arbeitet, weil ... ... hier sind noch alle auf einem Haufen. Äh. Bedarf. Wollt's ja nur mal sehen. Oh, das war wohl der Blitzstrahl, den wir gerade ausgesendet haben. Okay. So sieht das dann so aus. Na, dass wir hier echt ... Oh, toll. Nichts sind. Hm. Ich weiß nicht, ob der gut Schaden macht. Ich hab jetzt nicht so drauf geachtet gerade. Ich weiß nicht, wie ein Radius hat sie. Was? Wow. Komplett rumgekommen. Okay. Das ist mal gar nicht so übel. Naja. Kämpfen wir mal weiter. So. Da Gegenstände einsammeln. Wenn's klappt. Ach. Greif mal den an, bitte. Wir kriegen hier so viel Schaden. Naja. Da müssen wir auch hier die ganzen Gegenstände ein. So. Wieder aktivieren. Ja. Und schön der Blitzstrahl ist das. Ist gar nicht mal so übel. Optisch. Praktisch haben wir gerade ein Problem. Wir werden gleich explodieren. Nein. Ich will nicht. So, Armgeschwindigkeit. Ne. Muss uns mal kurz zurückziehen. Weil sonst sterben wir echt noch. Aber interessant. Machen wir mal so. Autsch. So. Wir können uns kurz heilen. Auch wenn's nicht viel bringt. Aber wenn wir ein bisschen. Ja. Wir halten echt ein wenig aus. Dachte ich wär schneller bei denen. So. Irgendwie empfänden sich immer mehr. Doch nach uns. So. Machen wir die hier noch fertig. Was für so. Ein unserer hinteren Schilder aus. So. Schön. Da sind noch. Feinde. Da sind noch. Gott. Wo kommen die her. Warum sind die hier noch zwei Feinde. Wir nehmen jetzt mal die. Wir schließen die anderen mit drauf. Ah. Okay. Vielleicht kommen wir auch gar nicht mehr dazu. Irgendwas zu machen. So. Wie es aussieht ja auch. So. Gehen wir mal zu den anderen. Interessant aber mit der Elbe kennen. Also vom Schaden her. Ich bin nicht sicher ob wir genau so viel machen wie vorher oder weniger. Kommt mir ein bisschen weniger vor. Mal so die Zahlen beobachtet. So. Eine letzte Gruppe. Dort. Na. Bisschen schneller können wir ruhig ranfliegen. Gehen wir mal so ein Torpedo. Einen Kopf los. Wie schnell die unser Schild weghauen. Und faszinierend. Na. Der ist gleich hinüber. Ja. Jetzt noch den. So. Wo ist er? Da oben. Ah. Der ist auch gleich hinüber. So. Geschafft. Das war der Flottenalarm. Im dunklen Nichts. Äh. Echt ein bisschen lächerlich. Süß. Dunkles Nichts. Oh. Da waren Sterne. Ach ne. Also ehrlich. Das ist ein bisschen. Naja. Aber okay. Viele können was passieren. Aber typisch. Dass es nach einem Update mal wieder dazu kommt. Irgendwie ist das. Ich weiß nicht. Das ist jetzt nicht nur akkultig bezogen. Das ist bei jedem Spiel irgendwie. Immer kommen Fehler mit rein. Ich habe schon seit ein, zwei Jahren keinen Update bei irgendeinem Spiel erlebt. Das nicht Fehler hatte dann. Außer es war eine reine Fehlerbehebung. Dann. Dass mal ausgeklahmt wird. Aber halt. Sachen die neu reingebracht werden. Immer mit Fehlern. Äh. Wer weiß. Gut. Dann würde ich sagen. Machen wir hier erstmal Schluss. Mit dieser Folge. Ist jetzt zwar ein bisschen kürzer. Ein paar Minuten. Aber macht ja nichts. Und dann sehen wir uns nachher. Bei der nächsten. Mission. Wieder. Wieder heißt es. Die Leitung. Also. Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl. Habt einen schönen Tag. Abend. Was auch immer. Bis dann. nicht mehr. Eine Minute. Vielen Dank.